Wir sind wieder in Bordapitch. Wow, ey. Ja, Leute, lassen deine Arbeit auf, falls dich gefällt. Oh, wir sind wieder im guten alten Bordapitch. Wow, unterwegs. Oh, müssen wir mal ein paar Sachen checken. I, B, 20 DC, 2, 1, I, G, 1, 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 G. Warte, es gab einen Kriminellen, da stand, dass der Reisepass ungültig ist. Der Reisepass ungültig. Bei dem war ungültig. Haben wir hier was? Oh, oh, oh. Huzo. Ehm, Leute. Ehm, was gibt's doch nicht. Ehm, was ist denn mit allen los, Ehm? Ehm, entweder verhaftig ich den, oder ich muss ihn wegschicken. Ehm, wie toll. Siebenhundert ist... Ehm, 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 Ehm. Ehm, 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 Ehm... Tschüss! Hier, Leute! Der Anfang war schon mal nicht so toll. Genau! Verziehen sie sich! Leute, wir sind hier der unterste Rekrut oder so. Bei der Bundeswehr. Ehe! Ehe, Gunda! Ehe, Heimer! Oh! Oh, das gibt's doch nicht! Ehe, Heimer! Ehe, Heimer! Ehe, Heimer! Ich muss sie einfach gar nicht mehr weg zu tun haben! Ehe, Heimer! Ehe, Heimer! Ehe, Heimer! Ehe, Heimer! Ehe, Heimer! Ehe, Heimer... Ehe, Heimer! Ich kündige gleich diesen Job Ich bin der Frieder Wie wurde ich befördert? Ein bisschen lang habe ich ihn jetzt Leute, oben rechts kann man sehen Ich habe jetzt zwei Striche Wurde endlich befördert Endlich Gehen Gehen, gehen wir weiter Haben Sie ihn Bitte, bitte, ich bitte Sie Ich kündige gleich Aber sowas von Elven Ich kann sagen Ich kann sagen Ich kann sagen Ich kann sagen Und ich kann sagen Okay Ich kann好吃 Leute! Innerhalb zwei Arbeitstagen haben wir gefühlt die ganze Welt gereinigt. Das gibt's doch nicht. Das ist die ganze Welt. ein schöner arbeitstag oder 1.400 haben wir bekommen 15.400 haben wir ihn über 20.000 haben wir über 156.000 haben wir oder 50.000 haben wir So. Ja, von Pilarius. Es könnte ein Schmuggler sein. Aber ich glaube mal nicht. Ich habe da nichts gesehen. Hm. GG, mein guter. Von den ganzen Leuten bist du der Erste, der heute ein... Leute, könnt ihr glauben. Innerhalb 9 Minuten 40 ist das der Erste, der einreisen darf. Yeah. Ich wünsch ihnen einen schönen Tag. Die sind der Erste, der heute einreisen darf. Das war sogar falsch. Egal. 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 Ich weiß nicht, ob ich das nicht mehr schlafen kann. Das war's für heute. Erstgewicht 1,930 Okay Geh, es passt schonmal Einmal um sicher zu gehen, muss ich trotzdem einmal ja ausdrücken Geh 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 Nee, nee! Nee, nee! Nee, nee!